Deep River, Lord, a boat of us over into campground. Oh, don't you want to go to the gospel feast? Ich freue mich, dass ihr alle, oder sie alle so zahlreich erschienen sind, zu unserem kleinen, aber kleinen ersten Spätsommerkonzert hier in unserer Kirche in Welsigendorf. Ich heiße alle herzlich willkommen im Namen des Dorfvereins Welsigendorf e.V. Ich möchte an dieser Stelle auch schon mal einen Dank aussprechen an die Kirchengemeinde Wormesdorf, an die Frau Henne, wie heißt sie das? Henrich. Henrich, entschuldige, ich wollte mich heute mal sagen, das natürlich nicht. Dass sie uns das überhaupt ermöglichen, dass sie dieses Konzert stattfinden lassen können. Und ich begrüße natürlich die Hop-Akteure heute, den Rokas-Pop- und Gospel-Chor. Habe ich das richtig gesagt? Das ist ja ganz toll. Ich habe extra gehört vorher. Ja, ich möchte, ihr sagt gleich noch mal selbst was zu euch. Wir sind sozusagen, der Chor entstanden aus dem Trio Happy Tones. Ich weiß nicht, der ein oder andere war schon beim Konzert gewesen. Und da ja die Happy Tones sich im Juni verabschiedet haben, hat der Chor gesagt, wir würden aber gerne weiter singen, auch die Songs der Happy Tones. Also es ist sehr Pop- und Gospel-lastig. Und da ja die Happy Tones. Und da ja die Happy Tones. Make a better place for you than for me. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich mache mal einen schönen Nachmittag. Und wir sehen uns bei Kaffee und Kuchen. Dankeschön. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.